Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute wollen wir uns eins der skurrilsten, aber definitiv auch interessantesten Smartphones des Jahres anschauen, nämlich das LG Wing. Ausstattungstechnisch ähnelt es sehr, sehr stark dem LG Velvet, mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass man das Display einfach mal um 90 Grad drehen kann und sich darunter dann ein zweites Display befindet. Wir hatten dieses Jahr ja schon einige Foldables im Test, das war auch sehr interessant, aber das hier ist definitiv nochmal eine eigene Liga. Mit dabei ist auch ein Gimbal-Modus, der soll sich natürlich vor allem an Video-Interessierte richten. Das LG Wing soll dann im November auch hier in Deutschland auf den Markt kommen. Ich habe jetzt schon eins hier, das wollen wir uns in diesem Video anschauen. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie es ausgestattet ist, was es alles kann und wir wollen dann auch einfach mal schauen, was dieser Formfaktor denn für einen Mehrwert bieten könnte. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Das LG Wing kam in dieser Verpackung hier zu mir. Das sieht schon alles ziemlich final aus, ist es aber noch nicht, beziehungsweise es ist einfach nicht das Modell, das bald dann bei uns in Deutschland, in Europa auf den Markt kommen wird. Sobald ich ein finales Gerät bekomme, plane ich auch noch einen Test, weil wie gesagt, ich finde, das ist echt ein interessantes Smartphone. Aber weil sehr, sehr viele von euch nach einem Video zum LG Wing gefragt haben, wollte ich euch bis dahin einfach ein kleines Hands-on liefern und das geht mit diesem Smartphone hier auch ganz gut. Wir können ja mal schnell in die Verpackung reinschauen. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon rausgeholt, eingerichtet, ein bisschen benutzt und so weiter. Hier oben auf war natürlich das Smartphone hier drin, dürfte dann das ganze Papierzeug sein. Hülle gibt es, glaube ich, keine mit dazu. Netzteil, USB auf USB-C-Kabel, das sollten hier 25 Watt sein, genau, denn das unterstützt auch 25 Watt Fast Charging. Und dann haben wir hier noch einen Adapter drin von USB-C auf Klinke. Also hier ganz netter Lieferumfang, Kopfhörer sind jetzt hier keine mit dabei. Würde mich aber nicht wundern, wenn das bei der finalen Version anders aussieht. Ab November, also ob jetzt Anfang oder Ende November, haben sie nicht gesagt. Aber im November soll es nach Deutschland kommen und die UVP beträgt stolze 1090 Euro. Das ist natürlich eine Menge Geld, aber verglichen mit dem ganzen Foldables fast schon wieder etwas günstig. Naja, jetzt schauen wir uns das LG Wing an sich etwas genauer an. Von vorne betrachtet sieht das Wing eigentlich aus wie ein ganz normales aktuelles High-End-Smartphone, aber die Abmessungen, die haben es wirklich in sich. 170 x 75 mm, das ist noch normal, aber es ist 10,9 mm dick. Und wiegt 260 Gramm. Das ist es vor allem, was man merkt. Also das Gewicht, das Ding ist ein Klopper. Das möchte ich nicht irgendwie hier rumwerfen. Ich glaube, das kann schon fast als Waffe durchgehen. Aber klar, das kennen wir von anderen Foldables nicht anders. Ich habe hier mal das Galaxy Z Fold 2 im Vergleich gesehen. Das ist auf den ersten Blick etwas kleiner, ist aber natürlich nochmal dicker. Gewicht habe ich hier jetzt gar nicht so. Ich glaube, das wiegt sogar 280 Gramm oder fühlt sich alles hier relativ ähnlich an. Also man merkt halt, man hat hier was deutlich schwereres in der Hand als bei normalen Smartphones, aber das ist natürlich auch kein normales Smartphone. Ja, auch wenn wir das Ganze dann einschalten, so von der Vorderseite betrachtet, sieht es noch aus wie ein normales Display. Ihr habt es gesehen. In-Display-Fingerabdrucksensor. Auf der Vorderseite haben wir ein großes 6,8 Zoll P-OLED-Display. Das löst mit 2460 x 1080 auf, macht ordentliche 395 ppi. Generell macht das Panel echt einen guten ersten Eindruck. Helligkeit stimmt, Farbdarstellung stimmt. Das, glaube ich, ist wirklich so mehr oder weniger das Panel vom LG Velvet. Das hat mir ja auch schon ziemlich gut gefallen. Und ihr seht es hier vielleicht schon, wir haben echt eine cleane Front. Also vor allem für LG-Verhältnisse eine schicke, schicke Vorderseite. Display hier zu den Seiten ganz leicht abgerundet. Wirkt auf mich zumindest sehr. Also ganz leicht auf jeden Fall. Schöne dünne Display-Ränder und vor allem keine Notch. Hat mich auch so ein bisschen gewundert. Ich habe mir dann gleich gedacht, ja, wo ist denn die Frontkamera? Wir gehen einfach mal hier in die Kamera-App, wechseln zur Frontkamera. Und dann seht ihr es schon hier oben, wie sie rauskommt. Also tatsächlich auch eine Pop-Up-Frontkamera. Es ist echt ein ganz, ganz wildes Konstrukt, dieses Smartphone hier. Also was LG da alles zusammengewürfelt hat. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen cool. 32 Megapixel übrigens, die Frontkamera mit einer Blende von f1.9. In Display-Fingerabdrucksensor habe ich euch ja schon gezeigt. Und jetzt machen wir das Ganze natürlich endlich. Also wie gesagt, man kann das Ganze dann hier einfach so einmal sliden. Das funktioniert automatisch. Habt ihr jetzt, glaube ich, auch gesehen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber das ist irgendwie so ein ganz befriedigendes, würde ich jetzt schon mal sagen, Geräusch. Also das hat mich echt am positivsten überrascht, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube, von Unbox Therapy war das. Und da dachte ich mir so, ja, das wird halt wieder so eine Konstruktion sein. Aber nein, überhaupt nicht. Also man hat hier wirklich das Gefühl, dass man das 30 Mal am Tag machen kann, ohne irgendwie Probleme zu bekommen. Deshalb ist das Ganze wahrscheinlich auch so schwer. Und ihr seht schon, man kann es wirklich problemlos mit einer Hand machen. Man muss es nur kurz anstupsen. Also der ganze Mechanismus, das gefällt mir. Das ist schon durchaus durchdacht. Das hat mich hier wirklich am positivsten überrascht. Hier unten haben wir dann auch nochmal ein Display. Das ist ein 3,9 Zoll großes G-OLED-Display. Ich glaube, dieses G steht einfach für Glass. Also das ist dann ein normales OLED-Display, kein Plastik-OLED-Display. Das löst auch mit 1240x1080 auf. Macht 419 ppi. Aber hier haben wir natürlich ein ganz komisches Seitenverhältnis. Was hier dann mit alles möglich ist, das zeige ich euch gleich noch. Aber jetzt gehen wir erstmal nochmal zurück. Wir wollen ja hier die Spannung aufrechterhalten und schauen uns das Smartphone an sich noch etwas genauer an. Der Rahmen besteht aus Aluminium, denke ich mal. Ist matt gehalten, fühlt sich sehr hochwertig und auch sehr angenehm an. Auf der linken Seite haben wir den Einschub für zwei Nano-SIM-Karten. Ihr könnt aber auch den 128 GB großen internen Speicher erweitern. Auf der Unterseite ein erstes Mikrofon, der USB-C 3.1-Port und der Mono-Lautsprecher. Klingt in Ordnung, ist einer der besseren Mono-Lautsprecher. Aber es ist halt nur ein Mono-Lautsprecher. Für mehr war dann wahrscheinlich auch kein Platz mehr. Rechts dann Power-Button und lauter leiser Wippe. Wirkt alles ganz gut platziert und auch zu erreichen. Und auf der Oberseite dann ein weiteres Mikrofon und eben der Mechanismus für die Pop-Up-Kamera. Macht aber alles wirklich einen sehr massiven und hochwertigen Eindruck. Damit sind wir bei der Rückseite angelangt. Und das war so die nächste positive Überraschung. Wie gesagt, ich hatte das Velvet ja auch da. Habe da das Design, die Haptik und so weiter gelobt. Aber das hatte ja noch eine Hochglanz-Rückseite. Zumindest die weiße Version, die ich getestet habe. Jetzt hier haben wir wieder Glas. Aber das Ganze, also ich denke zumindest, dass das Glas ist. Aber es ist wieder matt gehalten. Fühlt sich sehr massiv an. Klar, das ist hier jetzt eine ziemlich bunte Farbe. Dürfte nicht jedermanns Sache sein. Aber ich muss sagen, gefällt mir. Also so von der Haptik her, von der Verarbeitung des hochwertigsten LG-Smartphones, was ich bisher hier hatte, war ich auf jeden Fall auch positiv überrascht. Dann hier natürlich, und das hat mir wieder nicht so gut gefallen. Also hier hätte ich dann gerne diese Kamera-Optik von Velvet gehabt, die echt zurückhaltend war. Hier haben wir jetzt doch einen fetten Kamera-Balken. Ist aber natürlich auch einiges drin. Wir haben eine 64-Megapixel-Hauptkamera mit einer Blende von f1.8. Eine 13-Megapixel-Weitwinkel-Kamera mit einer Blende von f1.9. Und dann noch eine 12-Megapixel-Gimbal-Motion-Kamera. Die soll dann quasi diese Gimbal-Funktionen, die ich euch gleich noch zeigen werde, ermöglichen. Also hier leichte Unterschiede im Vergleich zum Velvet. Bin ich mal gespannt, was die Kamera dann beim finalen Modell so drauf hat. Wir haben einen 4.000 mAh starken Akku. Ich hatte ja schon erwähnt, 25 Watt Fast Charging. Und auch Wireless Charging wird unterstützt mit 12 Watt. Und dann ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass es IP54, meine ich, zertifiziert ist. Da bin ich aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das habe ich, glaube ich, auch nur in irgendeinem Video gehört. Aber diese Militärstandards, die LG da ja immer zertifizieren lässt, da ist auch hier einiges von mit dabei. Mal schauen, wie gesagt, dass so ein Gerät nicht komplett wasserdicht sein kann, nicht komplett staubdicht sein kann. Ich glaube, das sollte klar sein. Wollte es der Vollständigkeit halber aber nochmal erwähnt haben. Wir drehen es nochmal um. In-Display-Finger-Abdrucksensor scheint der gleiche wie beim Velvet zu sein. Ist nicht der schnellste, aber relativ zuverlässig. Damit kann man auf jeden Fall leben. Software ist Android 10 mit LG's UI, die neue Benutzeroberfläche, die ja mit dem Velvet eingeführt wurde. Auf jeden Fall deutlich flacher und moderner ist. Gefällt mir persönlich auf jeden Fall deutlich besser als die ältere. Als Prozessor kommt auch hier der Snapdragon 765G zum Einsatz. Das ermöglicht 5G, ist aber natürlich kein High-End-Prozessor, was bei dem Preis schon ziemlich verbunderlich ist. Und dazu gibt es dann 8 GB RAM. Und jetzt kommen wir natürlich endlich zu den Besonderheiten. Was kann man jetzt alles machen mit diesen zwei Displays. Ihr seht schon, wenn ich das Ganze hier öffne, dann komme ich quasi in so eine Art Floating-Ansicht. Hier habe ich oben schon mal ein paar Apps, die das Ganze quasi unterstützen. Ich glaube, am besten kann man es wirklich hier drin in der Kamera zeigen, weil dann kommt man hier automatisch schon in diesen Motion-Modus. Und ich lege uns hier jetzt einmal mal was vor die Kamera, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze funktioniert. Also das ist hier quasi so eine Art Joystick. Und wie bei einem echten Gimbal, ich glaube, ihr seht das schon, kann ich das echt flüssig hier links und rechts bewegen. Ich kann es rauf und runter bewegen. Das ist, muss ich sagen, echt gut gemacht. Man muss dann natürlich mal die Qualität abwarten. Das macht hier jetzt wenig Sinn mit so einer Pre-Production-Software und vermutlich auch noch nicht der finalen Hardware. Aber ich glaube, ihr bekommt die Idee. Dann gibt es hier noch verschiedene Modi, die man außen einschalten kann. Ich-Perspektive, Schwenk-Modus, also wo das dann quasi alles automatisch geht, Schwenk-Kipp-Modus. Ihr seht das hier, hier gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Interessant ist auch das Thema Dual-Kamera. Dann nimmt man quasi hier mit der Hauptkamera auf und mit der Frontkamera. Also hier hat man wirklich unendliche Möglichkeiten. Aber dieser Gimbal-Modus ist schon echt interessant, weil ich finde, das Smartphone lässt sich halt auch richtig gut, richtig stabil halten durch diese Konstruktion hier. Vielleicht auch sogar mit zwei Händen. Also da muss man dann halt mal die Qualität abwarten. Wie gesagt, sobald ich ein finales Gerät hier habe, folgt da auf jeden Fall noch ein Update. Man kann das Ganze hier dann einfach wieder schließen, einmal kippen und dann sind wir tatsächlich auch wieder in diesem Landscape-Modus. Ich mache es jetzt noch mal zu, weil die nächste App, wo ich euch das Ganze zeigen möchte, das kann hier natürlich weg, ist die Twitter-App. Kennt, glaube ich, jeder. Kann man hier einfach mal öffnen. Und wenn ich hier dann einen Tweet quasi verfasse, habe ich hier natürlich meine Tastatur. Aber ich kann das Ganze hier auch einfach drehen und dann wechselt die Tastatur quasi hier runter. Ja, ist jetzt auch nicht das perfekte Anwendungsszenario, aber ich glaube, ihr bekommt die Idee. Also zumindest ein bisschen was hat man sich mit der Sache schon gedacht. Auch in der YouTube-App hat man sich was einfallen lassen. Da kann ich hier oben quasi einfach mein Video anschauen und habe da unten dann so Quick-Settings, was tatsächlich ganz praktisch ist. Also klar, Start-Stop. Da hält sich der Mehrwert jetzt noch in Grenzen. Aber ihr seht es hier unten schon, ich kann die Helligkeit einstellen und ich kann vor allem auch die Lautstärke einstellen. Und das ist wirklich nützlich, weil wenn ich hier irgendwie an die Tasten rankommen müsste, das ist eher nicht so geil. Also da kommt man jetzt nicht so gut ran. Dafür hier dann aber natürlich diese Option. Ich kann das aber auch einfach wieder schließen, diese Ansicht, und kann dann hier unten zum Beispiel den Browser öffnen, kann mir hier auf The Verge die neuesten Nachrichten durchlesen und nebenbei trotzdem hier mein Video anschauen. Also ein bisschen was hat man sich schon einfallen lassen. Ja, das waren jetzt erstmal so ein paar erste Anwendungsszenarien, damit ihr so die Idee bekommt, was das LG Wing so alles kann. Es gibt noch deutlich mehr. Ja, werde ich mir dann wie gesagt anschauen, sobald ich das finale Gerät hier habe mit der finalen Software. Mein erster Eindruck, ich habe es ja glaube ich schon gesagt, ich bin erstaunt, wie gut und stabil das Ganze doch verarbeitet ist. Ich muss jetzt sagen, bei mir im Alltag weiß ich nicht, ob ich das unbedingt nutzen wollen würde, ob der Mehrwert da dann so groß ist, dass ich sage, hey, ich habe dafür diesen Klopper mit dabei, ich zahle dafür so viel Geld. Aber es ist auf jeden Fall mal ein interessantes Konzept und für mich klang das ja alles so, als würde von LG in Zukunft mehr in diese Richtung kommen und ich finde irgendwie alles, was diesen Smartphone mag, der ja für viele aktuell schon so ein bisschen langweilig ist, wieder etwas mehr Leben einhaucht, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Lasst mich wissen, was ihr vom LG Wing haltet. Schreibt das gerne unten in die Kommentare, ob ihr ein Review sehen wollt. Wie gesagt, sobald ich dann ein finales Gerät hier habe, sehr, sehr gerne. Ihr könnt auch schon mal schreiben, was euch da interessieren würde, auch vergleichstechnisch und so weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.